Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 4. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 281. Und ja, die erste Woche ist schon fast vorbei vom neuen Jahr, doch nicht ganz heute und morgen habt ihr noch eine Daily. Und die heutige ist mit den folgenden Themen. Wixen, Apple Park, Body, Build, Patent, Material Design, Januar Patch, Werbeplattform, Skype und Not Only Intel. Wixen kostet den Mitarbeitern und Mitarbeitern von Spotify ein richtig grosses Sümmchen. Es gibt da so ein Musiklabel, das sich eben Wixen nennt. Und die haben sich diverse Songrechte angeeignet. Tom Petty, Race Against the Machine etc. Also nicht kleine Nummern, sondern richtig grosser Namen. Und die möchten jetzt Lizenzgelder haben, für das, dass eben Leute, die Spotify abonniert haben oder kostenlos nutzen, das Ganze abspielen. Und zwar nicht wenig, nämlich insgesamt 1,6 Milliarden Dollar. Ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass Spotify aktuell das an Börsengang forciert, könnte sein, muss nicht. Auf jeden Fall sind das ähnlich wie die Patent-Trolle natürlich eine sehr unschöne Geschichte. Und da passt der Name auch richtig. Das sind irgendwelche richtige Wichser in dem Sinn. Entschuldigung, so früh am Morgen. Aber der muss es sein. Ja, im Netz, besser gesagt, hat in den letzten Tagen ziemlich einen Aufschrei gegeben. Oder ja, es hat es Leute gegeben, die sich verschaffiert haben, weil Apple anscheinend pro Bürostuhl im neuen Apple Park bis zu 1.200 Dollar, genauer gesagt 1.085 Dollar, ausgibt. Ja, liebe Leute, gute Stühle, vor allem auch ergonomische Stühle und Stühle, die eben nicht unbedingt so schnell Rückenschmerzen machen, die kosten nun mal Geld und da kann es dann schnell mal auch in die Tausender gehen. Lustigerweise wurde das vielfach mit einem neuen iPhone X verglichen, fast der gleiche Preis etc. Blablabla. Ja, Leute, gebt euch Sorg, gebt eurem Rückensorg und schaut mal ein bisschen in die Richtung. Schadet auf jeden Fall nie. Im Jahre 2014 hat Apple die Firma Testflight übernommen. Das ist eine App, über die Entwickler einfacher Updates oder bevorstehende Updates für ihre Beta-Tester rausgeben können. Jetzt hat Apple einen zweiten Startup in dem Bereich aufgekauft, Bodybuild aus Kanada. Auch die stossen dem Xcode-Team zu. Nicht wie bei Testflight, die komplett aufgegangen sind. Bei Bodybuild ist es so, dass die in Kanada weiterarbeiten und einfach dem Team zusammen verknüpft werden. Bestehende Kunden sollen vorerst noch bestehen bleiben, aber neue und kostenlose und vor allem die Android-Version wird per 1. März diesen Jahres gestrichen. Dann ist ein weiteres Patent aufgetaucht, dieses Mal nicht bei Microsoft, sondern bei Apple selber, zu einem Watch Band. Für die Apple Watch hat man da ja schon das eine oder andere Patent im Bereich Band mit drin gehabt. Und jetzt soll es soweit sein, dass Apple anscheinend da touchintensive Bänder austesten will oder zumindest irgendwann vielleicht bringen möchte oder sich das auch nur schützen lassen möchte, wie auch immer. Auf jeden Fall interessant, weil so wird natürlich das kleine Display von der Apple Watch ziemlich gross erweitert. Ich kann mir das noch recht gut vorstellen, wenn das denn halt nicht reagiert, wenn man einfach nur den Arm bewegt und irgendwo drankommt. Aber Apple macht solche Dinge ja eigentlich grundsätzlich immer sehr gut und toll. Dürfen wir gespannt sein, ob das in das nächste oder übernächste Update dann mit reinfließen wird. Im September diesen Jahres werden wir mehr wissen. Dann haben wir in Google Neuigkeiten. Bei Google Neuigkeiten, Material Design, das ist ja die Systemsprache, also das Aussehen, wie die Apps so auszusehen haben dürfen müssen. Super Deutsch wieder mal unter Android und auch sonst bei den Google Diensten. Und das Ganze konnte man im letzten Oktober aktivieren beim Kalender, wer wollte. Mittlerweile haben das immer mehr bekommen und man konnte noch auf die alte Version zurückgehen. Das nicht mehr lange, denn ab nächsten Ende Februar ist es soweit und dann wird das Ganze für alle ausgerollt. Also, liebe Google Kalendernutzer, wenn ihr es noch nicht aktiviert habt, macht das langsam, gewöhnt euch langsam an das neue Design, denn es lässt sich bald nicht mehr verhindern. Der Januar-Patch für Android-Phones, gut, das ist ein bisschen übertrieben, denn die bekommen meistens nur die Pixel-Geräte, ist rausgeflogen und ja, was soll ich sagen, vier starke oder grosse Sicherheitslücke, 16 weitere sind mit drin, gut und recht. Solche Dinge gehören gefixt, es sind auch neue Features reingekommen, aber ganz unschön ist, das System, die Performance wurde ausgebremst. Apps, die gar nicht mehr zu gebrauchen sind oder recht lang zum Starten brauchen etc. Solche Dinge häufen sich. Wenn du also ein Pixel besitzt, überlegst du dir zweimal. Allein für die vier Sicherheitslücken sollte man natürlich updaten, aber das Buggy-System, also das langsame System, möchte man nicht. Und ja, soll mir einer nochmals sagen, nur Apple bremst Geräte aus mit Updates. Aber ja, da scheint es ein Fehler gewesen zu sein und ich hoffe, der wird auch schnell gefixt. Google, die verdienen ja Geld mit euren Daten und das vor allem über Werbung und da möchte Amazon auch weiter rein. Sie möchten die Alexa-Plattform weiter dazu nutzen, um den Bereich auszubauen, sind da in aktuellen Verhandlungen und zu sehen, wie das gehen soll. Über Drittenbieter-Skills, wo sie dann als Sponsor auftreten etc. Solche Dinge werden diskutiert. Es wird noch spannend auf diesen Sprachassistenten. Mal schauen, was da bald für Werbung kommt. So nach dem Motto, WC-Papier alle, ich hätte da ein Angebot. Oder sowas in die Richtung. Ein weiterer grosses Thema in diesem Netz war gestern und vorgestern Intel. Intel hat anscheinend eine grosse Sicherheitslücke. Was heisst anscheinend, sie haben eine Sicherheitslücke in ihren Prozessoren in den letzten zehn Jahren. Alle Prozessoren sollen da betroffen sein. In der News-Folge vom Geek Talk haben wir das Thema auch schon angesprochen. Das kommt in den nächsten Tagen online. Wie ich da aber schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass da nur Intel betroffen ist. Und das ist anscheinend so. Das Hacker-Konsortium, welches Intel darauf hingewiesen hat, hat eben nicht nur Intel, sondern auch ARM und andere Betriebssystemhersteller angegangen und sie informiert, dass es eben da Probleme oder Lücken gibt. Und die wollten eigentlich allesamt mit dem an die Öffentlichkeit, wenn sie eine Lösung damit haben. Und dadurch, dass das Ganze jetzt vorab schon in die Medien gekommen ist, ja, unschön, aber eben, wie es halt so ist in diesem Internet. Somit, ja, rechnet damit, dass ihr nächstens ein Update bekommt. Und wir sehen dann, was das für Auswirkungen hat. Mehr dazu, wie gesagt, in der News-Folge vom Geek Talk der 01.18, die in den nächsten zwei, drei Tagen bei euch im Podcatcher erscheinen möge. Wer das noch nicht abonniert hat, hört es euch mal an, hört mal rein. Allen anderen wünsche ich einen erfolgreichen und tollen Tag heute. Wir hören uns morgen wieder, am Freitag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.